Als eroberweit agierende Stückhut-Kooperation legen wir Wert auf hohe Qualität. Damit alle Sendungen im Hub zuverlässig umgeschlagen werden, ist es unser Ziel, alle Prozesse im Blick zu rammen. Ich als Prozessmanagerin analysiere hierfür verschiedene Kennzahlen, um unser Netzwerk stetig zu optimieren. Logistik ist da, wo ich bin! ARD Text im Auftrag von Funk